Und bei mir ist ein weiterer Goalschütz, der Ciamir Hücka. Ciamir, herzliche Gratulation zum Sieg und zu deinem Traumtor. Was hast du gemacht? Ich glaube, ich habe einfach die Augen zugemacht, einfach geschossen. Nein, ich mache Spass. Ich glaube, es war ein brutales Spiel von der ganzen Mannschaft. Ich glaube, wir haben super gekämpft und wir haben auch fußballerisch super gespielt. Ich glaube, es hat auch für die Fans Spaß gemacht. Wart ihr jetzt so gut oder war vielleicht bei Basel ein bisschen die Luft schon draußen? Ja, ich würde sagen, wir waren sehr gut. Wir haben das für Basel schwierig gemacht. Ich glaube, die haben nicht so viel Schanze gehabt ins Spiel. Und ja, wir haben alle Raum zugemacht und wir waren immer gefährlich nach vorne. Und ja, es war einfach super. Jetzt noch zwei Spiele. St. Gallen und dann Ciam zu Hause. Jetzt seid ihr auf Platz drei. Ihr habt es in den eigenen Händen. Ja, ist schon klar. Wir müssen einfach so weiterspielen, so wie heute. Und ich glaube, es wird schwierig in St. Gallen. Wir wissen das schon. Wir werden von morgen da konzentriert sein. Und ja, ich hoffe, dass wir können diese Spiele noch gewinnen, dass wir können das Europa League schaffen. Also, morgen habt ihr, die ja gespielt haben, ein bisschen Pause. Aber du schaust morgen auch hier, 17.45 Uhr. Sowieso. Es wird sicher, es wird Spass machen. Also gegen Borussia Mönchengladbach. Danke, Ciamir Hüca. Und herzliche Gratulation nach WAL. Vielen Dank. Danke, Ciamir Hüca.